Hallo meine Lieben, ich möchte euch einen Tipp geben. Damit ihr stets alle neuen Videos sofort sehen könnt, abonniert sie einfach mit dem Button auf YouTube. Dann habt ihr immer die brandneuesten Videos von mir. So, heute werde ich euch die achte Engelkarte ziehen. Die Karten, ihr kennt sie schon. So, ich mische sie wieder. Ich bitte den Engel, der sich jetzt mit der Ziehung dieser Karte präsentieren wird. Ich fächere sie aus. So, und wer präsentiert sich? Diese Karte soll es sein. Den wir erstmal da hin. So, das andere kommt weg. So, also das ist die schöne Engelkarte und dazu nehmen wir mal jetzt unser Buch und wir schauen wieder rein. So, also. Es ist eine sehr gute Karte. Es ist die Karte des Mutes. Die Affirmation zu diesem Engel ist, ich schaue mich in meinem Leben um und stelle fest, dass ich in vielen Situationen sehr viel Mut haben musste. Genau der Mut, der sich in mir befindet. Ich werde mich mit vollem Mut dem Leben widmen und das Wunder durch den Engel geschehen lassen. Dadurch blicke ich ruhig und gelassen nach vorne, was mich unbeschreiblich glücklich macht. Ich fühle, wie mich das Engelslicht umhüllt und wie ich mit Mut und Stärke meinen Weg gehen kann. Der Engel des Mutes sagt Mutvoll sollst du dein Leben erfüllen. Mit diesem Wunsch wirst du Erfolg haben und ich werde dich lichtvoll aus der geistigen Welt beschützen. Verliere nie den Mut. Solltest du meine Hilfe brauchen, bitte mich da drum und du wirst meine Hilfe spüren und mit Mut alles meistern. Nimm meine Hilfe dankbar an. Atme dreimal tief ein und wieder aus. Und verbinde dich mit mir. Stelle dir vor, welcher Mut und voller Mut du sein kannst. Dann fühlst du den starken und unerschüttlichen Mut deines Geistes, deiner Seele und deinem Körper. Hier ist die Botschaft vom Engel des Mutes. Du hast die Möglichkeit, durch deinen Mut neue Erfahrungen in deinem Leben zu machen. Da dich meine Energie umhüllt, bekommst du durch die Botschaft des Mutes die Verbindung mit mir. Der Engel des Mutes ist bei dir. Um dir Mut zu geben. Er wird wie eine neue Chance in deinem Leben sein. Lasse dieses Wunder zu. Eure Diria Und wer sich aus demStaat ein, Und wer dir das? Untertitelung des ZDF, 2020